So, ich zeige euch heute How to Spin Your Drumstick. So, wir haben hier drei Zwischenräume A, B, C. Als erstes tust du den Stick in A, dann drehst du ihn mit dem Zeigefinger nach B, dann drehst du ihn nach C und von C außenrum wieder nach A. Und das muss man üben, bis man schnell ist. Das Ganze kann man auch während des Schlagzeugspielens machen. Man dreht ihn zweimal Haut, dreht Haut, dreht Haut. Das klappt sehr gut. Das war meine Drumstick Lesson von Jans.